Russischer Schwarzer Terrier Hunderasse – die 10 wichtigsten Fakten Heute dreht sich alles um den russischen Schwarzen Terrier. Ich habe für dich die wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den russischen Schwarzen Terrier vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der russische Schwarze Terrier ist eine beeindruckende und robuste Hunderasse, die ihren Ursprung in der ehemaligen Sowjetunion hat. Sie wurden ursprünglich als Arbeitshunde für das Militär gezüchtet und sind für ihre Intelligenz, Wachsamkeit und ihren Schutzinstinkt bekannt. In diesem Hunderasse-Porträt wirst du mehr über diese faszinierende Hunderasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des russischen Schwarzen Terriers Der russische Schwarze Terrier entstand in den 1940er und 1950er Jahren in der Sowjetunion durch gezielte Kreuzung verschiedener Hunderassen wie dem Riesenschnauzer, Airedale Terrier und Rottweiler. Das Ziel war, einen vielseitigen Arbeitshund zu züchten, der sowohl als Wachhund, Schutzhund und Militärhund eingesetzt werden konnte. Die Rasse wurde in den 1950er Jahren offiziell anerkannt und ist seitdem weltweit bekannt geworden. Wesenszüge und Charaktereigenschaften Der russische Schwarze Terrier ist ein selbstbewusster, mutiger und intelligenter Hund. Sie sind loyal und anhänglich gegenüber ihrer Familie, können jedoch gegenüber Fremden zurückhaltend oder misstrauisch sein. Die Rasse benötigt eine konsequente und liebevolle Erziehung, da sie ihren eigenen Kopf haben kann. Mit ausreichender Sozialisierung entwickeln sie sich zu zuverlässigen und ausgeglichenen Begleitern. Passt der russische Schwarze Terrier zu mir? Der russische Schwarze Terrier ist ein anspruchsvoller Hund, der sich eher für erfahrene Hundehalter eignet. Sie benötigen viel Bewegung und geistige Auslastung, um glücklich und ausgeglichen zu sein. Die Rasse eignet sich gut für sportliche Menschen und kann auch ein guter Begleiter für Joggen, Radfahren oder Wandern sein. Wenn du einen russischen Schwarzen Terrier in deiner Familie aufnehmen möchtest, solltest du mit einem Preis von 1200 bis 2500 Euro rechnen, wenn du ihn von einem seriösen Züchter kaufen willst. Wie halte ich einen russischen Schwarzen Terrier? Erziehung und Entwicklung des Welpen Russische Schwarze Terrier sind intelligente Hunde, die eine konsequente und liebevolle Erziehung benötigen. Da sie einen starken Schutzinstinkt haben, ist eine frühe Sozialisierung besonders wichtig, um Probleme im späteren Leben zu vermeiden. Eine positive Verstärkung und Belohnung fördert das Lernen und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Wie viel Beschäftigung braucht der russische Schwarze Terrier? Der russische Schwarze Terrier benötigt tägliche, körperliche und geistige Auslastung. Lange Spaziergänge, Wanderungen oder sportliche Aktivitäten sind ideal, um den Hund auszulasten. Intelligenzspiele und Nasenarbeit können auch dazu beitragen, den Hund geistig zu fordern und zufrieden zu halten. Gesundheit und Pflege Die Fellpflege des russischen Schwarzen Terriers ist anspruchsvoll, da ihr langes, dichtes Fell regelmäßig gebürstet und gekämmt werden sollte, um Verfilzungen und Verknotungen zu vermeiden. Einige Besitzer entscheiden sich dafür, das Fell ihres russischen Schwarzen Terriers von einem professionellen Hundefriseur schneiden oder trimmen zu lassen, um die Pflege zu erleichtern. Achten Sie darauf, Ohren, Augen und Krallen regelmäßig zu kontrollieren und zu pflegen. Russische Schwarze Terrier können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Hüftdysplasie, Ellbogendysplasie und Augenerkrankungen. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes Der russische Schwarze Terrier ist eine vielseitige Rasse, die sowohl als Schutzhund als auch als Familienhund eingesetzt werden kann. Dank ihrer Ausdauer und körperlichen Stärke sind sie auch gute Begleiter für sportliche Aktivitäten und können in Hundesportarten wie Schutzhundesport, Obedience oder Agility eingesetzt werden. Die Rasse hat in einigen Ländern, darunter auch Deutschland, den Ruf eines Listenhundes, was bedeutet, dass sie als potenziell gefährlich eingestuft werden und besondere Auflagen erfüllen müssen. Dies ist jedoch größtenteils auf Vorurteile und mangelndes Wissen über die Rasse zurückzuführen. Ein gut erzogener, unsozialisierter russischer Schwarzer Terrier ist ein treuer und liebevoller Begleiter. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte zum russischen Schwarzen Terrier. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hundefantastisch.